Ja Leute, hier ist euer Marc Bellinghaus und wir gucken auf eine Aufnahme von Was ihr wollt, einer grandiosen Inszenierung vor dem Beginn der Spielzeit und der Ära Kostolmain. Mit wirklich ambitionierten, wunderbaren Schauspielern an ganz, ganz tollen Themen. Und ich zeige euch noch ein Premierenfoto, damit ihr das Team oder Teile des Teams seht. Diese Menschen sind kurze Zeit später, die meisten von ihnen, einfach gekündigt worden. So von heute auf morgen. Ich kann euch jetzt nicht genau zeigen, weil das soll alles anonym bleiben. Ihr versteht auch warum. Und es ist wirklich ein starkes Stück. Ich habe ja gestern einen der E-Mails vorgelesen. Ich habe 20 E-Mails von Leuten, die rausgeflogen sind, bekommen. Und ich habe dir auch gesagt, ihr könnt gerne zu der Verhandlung kommen am 17. Und manche sind schon weiter beschäftigt und einige haben noch keine Arbeit. Ich hoffe, Frau Katharina Kostolmain, sie schauen sich das an und ihr Mann, dass sie dasselbe durchmachen, was diese Leute jetzt erlebt haben durch ihre absolut unverständliche Entscheidung. Denn das war so ein geiles Stück, was ihr wollt, am 5.11. Ich kann nicht nachvollziehen, dass sie da so viele Leute rausgeworfen haben. Aber sie müssen das wissen warum. Und ich hoffe, es kommt auf sie jetzt zurück. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!